Ja, moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld Folge. Und ja, wir sind kurz davor einen Angriff zu bekommen, der uns eventuell gefährlich werden könnte. Ziemlich gefährlich, weil wir haben keine guten Schutzmaßnahmen. Wir haben zwar diese Kriegsmasken, aber ja, da sind sie auch schon. Sie greifen sofort an und die haben nur eine Pistole zum Glück. Hätten die zwei Gewehre oder so gehabt, das wäre nicht so cool gewesen. Da müssen wir jetzt leider übrigens den Baum wegmachen und da irgendwie vielleicht mal so ein bisschen den Boden verändern. Da müssen wir auch die Dinger wegtragen, also hier muss noch ein bisschen was geschehen. Hier müssen wir noch ein bisschen was verändern. Da, da, Baum ausgraben? Was ist denn das? Was ist denn Baum ausgraben? Hä? Ah, cool. Den kann ich wieder irgendwo einpflanzen dann. Das ist schön. Gut. Ich glaube, das können wir so mal eben machen, ne? So, jetzt können wir den dann nämlich hinstellen. Auch wenn nebeneinander stellen ja, wie ich schon sagte, nicht ganz optimal ist. Äh. Na, ich sag ja, ist gefährlich. Oh Mann. Ey. Was sollte das denn bitte? Und warum wandern die umher? Hat aber geklappt. Leute, ins Bett. Ins Bett mit euch. Alter, wie viel wir abgekriegt haben. Ich sag ja, ne? Pistolen und so. Das ist richtig übel. Hier, Blutverlust. Der ist bald tot. Also, Marc ist vorm Ende hier. Und der geht sein Bäumchen schneiden. Während da jemand verreckt. Hm. Kannst du dich mal ausziehen? So. Was haben wir denn hier? T-Shirt. Hm. Wer von denen ist ein guter Arzt? Einer von denen muss doch ein guter Arzt sein. Äh. Medizin 10. Anderson. Ja. Ja, aber der könnte jetzt erstmal hier. Den Burian könnte er eben behandeln. So. Gleich den nächsten. Und Anderson muss dann, oder Anderson muss dann auch noch behandelt werden. Habe ich Bettruhe nirgendwo eingestellt? Weil der nämlich nicht ins Bett gehen möchte anscheinend. Zumindest behandelt ihn niemand. Warum behandelt ihn niemand? Ja. Es war genau, er macht schon. Super. Dann haben wir das schon mal geregelt. Auf jeden Fall, die Pistole müssen wir haben. Das ist so heftig, oder? Also was für ein Unterschied das auch einfach ist, finde ich. So eine Pistole gegen so einen Bogen da. Wobei wir den Bogen, wir müssten bessere Bögen haben, dann würde das gehen. Aber müssen wir halt mehr Holz haben. Wir haben aber kein Holz. Also. Hm. Schwierig. Pistole auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Schaden 17. Schaden 9. Reichweite 26. Rüstungsdurchdringung. Ich würde sogar sagen, die Bögen sind besser, oder? Hat zwei Sekunden Vorbereitungszeit. Ja gut. 0,3. Und Nachladezeit eine Sekunde. Der Bogen braucht halt immer sehr, sehr lange zum Vorbereiten. Na, stimmt. 1,5. Ja, schwierig. Schwierig, ob wir die nehmen sollten. Weil das eine Üble, die wird auch nicht so viel stärker sein. Aber wir können halt Pech haben, ne? Wenn ein Schuss mal daneben geht, sind wir tot. Ich denke mal, drüber darf wir das jetzt regeln können. Weil wir brauchen unbedingt bessere Waffen. Sonst wird das hier sehr schnell, sehr hässlich. Und wir brauchen für den Akolyten brauchen wir da wahrscheinlich noch einen Thron. Ja. Müssen wir noch einen Thronsaal irgendwo hinbauen. Wo machen wir den denn hin? Wir brauchen auch noch hier ein Krankenhaus. Brauchen wir auch noch. Können wir dann wahrscheinlich hier hinbauen. Ja. Für was haben wir denn hier? Ja, Schieferblöcke könnten wir dafür nehmen. Ja. Können wir hier noch ein Krankenhaus hinmachen. Na, wobei wir machen das so. Dann haben wir von beiden Seiten, können wir dann da rein. Von der Größe her ist es mehr als groß genug für eine große Kolonie. Da haben wir schon mal für unser Futter. Ist auch mehr als groß genug. Dann können wir da noch einen Lagerplatz neben machen. Den machen wir wahrscheinlich hier. Und dann für andere Gegenstände machen wir hier noch ein Lager hin. Gleich daneben. Und dann machen wir hier oben für die Verarbeitung noch was. Ja. Das sollte eigentlich gehen. Das kriegen wir hin. Was Holz angeht, ja, wir müssen jetzt schon wieder Bäume wegmachen. Ich weiß, ist kacke. Aber was willst du denn machen? Ne, es geht ja nicht anders. Minus 16 haben wir schon Bäume ruiniert. Das wird gleich nicht besser hier. Da werden wir wieder sau viele Bäume kaputt machen. Naja. Den Elefanten, der kann uns halt nicht wirklich helfen momentan. Deswegen bilden wir ja auch gerade Asai so ein bisschen aus, ja. Dass er mit Tieren besser kann. Der ist ja mit Tieren gerade auf 5. Hat auch kein Interesse dran. Deswegen wird das dauern. Aber allgemein haben die Leute hier keinen Bock auf Tiere. Naja, egal. Aber er übt, ne? Er ist fleißig hier. Also, das wird schon. Ui, wir haben eine neue Gauralan-Kapsel bekommen. Allerdings nicht hier von denen. Da bekommen wir noch eine zweite dann. Sondern hier oben. Und die können wir jetzt anpflanzen. Und da machen wir hier vorne irgendwo eine hin. Ich denke, die werden wir hier irgendwo hinpflanzen. Ich weiß noch nicht genau wo. Da ginge das auch. Ich glaube, das Rote sagt, so nah an dem Teil darf man das dann nicht bauen. Oder sollte man nicht bauen. Hm, das ist schwierig. Na, ich würde aber sagen, hier könnte man eigentlich einen hinpacken. Wobei eher hier. Dann kann man so ein bisschen nach links ausbauen. Hier auch nach rechts so ein bisschen. Aber, dass wir hier dann noch die Bäumchen hinpflanzen. Ach, der hat den Dings dabei, ne? Ja, den Samen. Müssen wir nochmal neu einpflanzen. Ach, ist noch immer. Okay. Ja, die Frage ist, lohnt sich das so, das da hinzupacken? Ich möchte eigentlich... Hm. Also wenn wir dann Angreifende haben, welche, die angreifen können, die wir ja auch bald brauchen. Die werden wir dann wahrscheinlich hier irgendwo hinmachen, wenn wir hier ein bisschen was gebaut haben. Aber jetzt brauchen wir ja eigentlich, welche, die Holz produzieren. Von daher ist es eigentlich nicht wichtig, wohin wir den platzieren. Dann kann man ja auch hier unten hinpacken. Weil da ist ja auch der andere. Aber eigentlich möchte ich auch hier oben gerne einen haben. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber lass den da oben hinpacken. Da kann man dann Holz hinpacken. Und nicht wundern wegen den Dings hier. Wegen dem Fleisch, das ist nicht wichtig. So. Da ist der Nächste. Ich würde sagen, da kann der... Nee, wer wäre es noch gut mit Pflanzen so? Hier der Noebre. Genau, der soll sich dann damit verbinden. Da haben wir den Nächsten. Und dieses Mal werden wir... Holz-Trujaden. Die produzieren Holz hier. So, aber wir brauchen Holz. Und wir können kein Holz auf die traditionelle Art und Weise machen. Dementsprechend müssen wir das halt so regeln. So, da wir hier anscheinend... nichts mehr machen können mit Schiefer. Weil wir keinen Schiefer mehr haben, müssen wir mal aufs Granit bauen. Ja, damit müssen wir mal ein bisschen warten. Da, 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 da. So, was genau brauchen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen einen Thron. Einen Thron drauf müssen wir also auch noch einplanen. Hm, wo machen wir den denn hin? Aber ich kann die Wände aus Stahl machen, leider. Das würde, würde gehen. Das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben, um hier weiterzubauen gerade. Oder ich habe eine andere Idee. Gibt ja noch. Mehr zu zerstören auf der Karte. Hier oben zum Beispiel haben wir noch ein riesiges Ding. Da können wir noch alles zerstören. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was zum kaputt machen. Wenn wir das noch alles kaputt gemacht haben, dann müssen wir mal gucken. Und sind sie ja auch fleißig dabei hier. Ja, das wird auf jeden Fall auch gut geben. Hier haben wir noch Stahl, Kalkstein. Ja. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Kalkstein geben hier. Aber auf jeden Fall. Tisch aus Kalkstein. Qualität normal. Haben wir auch andere Tische? Nee. Nichts, was ich bräuchte zumindest. Hatte mir gerade überlegt, sonst hätten wir... Oh. Oh, einen Revolver haben sie wieder dabei. Da machen wir mal einen Präventivschlag. Es wird langsam echt gefährlich. Wir müssen nach vorne kommen. Elektrizität haben wir noch nicht. Der erste ist tot. Der gefährlichste ist tot. Also von der Seite, ne? Richtig Hammer, die Masken, ey. Oder? Ich finde die Masken so geil. Die sind so gut. Der Schaden ist eigentlich von den Bögen gar nicht schlecht. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, die Bögen. Wir bräuchten aber vielleicht noch ein bisschen bessere Trefferchance. Also einfach verbesserte Bögen bauen. Den können wir nochmal eben nackig machen. Was hast du denn so bei dir? Ein T-Shirt aus... Ja, ja, ja. Geh weg. Aber wir können wir hier noch ein paar Bögen haben. Das sind aber nur Kurzbögen. Ich will eigentlich Langbögen haben. Die müssen wir allerdings auch noch extra hier, glaube ich, erforschen. 900 Langbögen. Die haben wir übrigens hier auch. Aber... Müssen wir mal gucken. Ein paar Angriffe haben wir auf jeden Fall schon überstanden. Das ist schon mal gut. Und haben keine Verletzten diesmal. Das ist sehr, sehr schön. Leider fühlen sie sich auch gerade nicht besonders wohl. Der rechte Arm abgeschlagen. Eshai hat einen Arm verloren. Wie ist das denn passiert? Das kann ich dir nicht nachvollziehen, leider. Scheiße. Dem fehlten Arm. Was mache ich denn jetzt? Starke Schmerzen. Ja. Erzähl Sachen. Will Gaurolan Verbindung. Ja, kann ich dir nicht geben, weil... Ich nicht so viele Gaurolan Bäume habe. Aber der ist in vier Stunden fertig. Dann haben wir wahrscheinlich die nächste Kapsel. Ja, Leute. Ey, wie machen wir das mit dem Arm? Wir haben keine Prostetie. Wir müssen auch noch das dann erforschen. Aber... Puh. Ja, der Arnic ist wieder dran. Die wechseln sich ja mit dem Forschen immer ab. Aber der macht das jetzt zwischendurch auch immer. Und levelt halt sehr, sehr schnell. Und vor allem kriegen wir dann auch recht schnell hier die Punkte. Aber... Aber... Trotzdem. Das ist echt schwierig. Puh. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht können wir auch irgendwo eine Prothese kaufen. Ich frage mich übrigens gerade, wie es Cy mit dem Bogen schießen kann, wenn er nur einen Arm hat. Also... Hat er das Ding dann so irgendwie... Oder macht er das mit den Füßen? Wie schießt er denn überhaupt? Wie kriegt er das hin? Ach ja, und er hat auch noch Faser-Mechaniten. Auch noch richtig schön, ey. Aber hey, Arbeiten plus 50 Prozent, ne? Immerhin. Finally, finally, finally haben wir hier einen Steinmetz, der jetzt auch verarbeitet. Hätte ich eigentlich schon ein bisschen früher machen können. Aber ich habe es völlig vergessen, muss ich zugeben. Aber jetzt geht es hier los und er macht alles fertig. Ja, sonst geht es hier soweit auch ganz gut voran. Forschung läuft auch sehr, sehr gut. Wir haben bald Elektrizität. Das heißt, schon mal sehr viel einfacher vieles. Aber da braucht man noch Strom und, und, und. Und das wird dann auch wieder schwierig. Vor allem, wir brauchen noch Solaranlagen und, und, und. Also bis wir da richtig, ja, fertig sind, wird es noch ein bisschen dauern. Leider. Aber wir kommen auch so ganz gut zurecht hier. Wir haben ja genug Lebensmittel hier. Mehr als genug Reis über 4000. Leider müssen wir hier natürlich jetzt auch gucken, dass wir das erstmal alles fertig bekommen. Hier kommt bald eine Kaste. Hier wird auch bald die Kapsel erzeugt in 1,5 Tagen. Dann haben wir einen dritten Baum. Also hier haben wir mittlerweile dann schon drei Bäumchen, die hier rumstehen. Und haben auch schon drei Leute, die damit verbunden sind. Und das macht die dann auch glücklich. Denn zum Beispiel der Eski, Eski, der wünscht dich zum Beispiel eine Gauralan-Verbindung. Und das wird halt immer heftiger mit der Zeit. Und hier zum Beispiel, ne. Trage eine bliebte Waffe. Wo ist das hier? Will Gauralan. Ne, da, Anderson. Wo ist der? Äh, Anderson haben wir doch. Ne, Annick. Genau, Annick. Da. Ähm. Gauralan-Verbindung. Ne, plus drei. Also die wollen jetzt auch alle eine Verbindung haben. Deswegen müssen wir auch langsam die Dinger züchten. Damit wir hier die ganzen Leute glücklich machen können. So, schauen wir mal. Wie wir das alles hier geregelt bekommen. Ähm. Das ist ein bisschen nervig langsam hier. Deswegen machen wir da mal Beton hin. Damit die da nicht mehr wachsen können. Gut, wir hätten auch das Dach erweitern können. Aber, ne. So geht's halt auch. So. Da bin ich mal gespannt, ey. Aber momentan ist das sehr viel warten, ne. Sehr viel erstmal arbeiten lassen. Es ist sehr... Ein kleines Wartespielchen gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist momentan das, was ich am meisten tue. Warten. Weil wir haben... Das hätte ich mir jetzt eigentlich hier auch sparen können. Weil jetzt können wir hier eigentlich auch schon den Schiefer hinpacken. Um das Dings zu bauen. Das Lager. So, einmal Schiefer. Ja, das ist eigentlich so die Minimumgröße meiner Meinung nach. So für ein Lager. Ja, da wird jetzt auch wieder sehr viel kaputt gemacht an Bäumen. Aber schlucken wir die Pille einfach runter und bauen jetzt erstmal alles fertig, was wir brauchen. Hier zum Beispiel machen wir dann das Krankenhaus hin. Hier machen wir das. Hier machen wir hier das Arbeitszimmer hin. Das wird hier ungefähr sein. Müssen wir nochmal gucken, dass das hier auch... Richtig entsteht. Hier müssen wir dann... So groß muss das ja nicht sein. Ich würde sagen... So ungefähr, ne. Ja, ich denke so ungefähr ist es gut. Das können wir machen. Aber größer darf es eigentlich auch nicht sein. So, dann haben wir das schon mal fertig. Wir haben ein Krankenhaus, wir haben ein Lager, wir haben einen Arbeitsraum. Essen, Lager, alles gut. Und sehr viele Bäume, die zerstört werden. Was ich nicht so cool finde. Aber... Was willst du machen? Werden sie noch einmal angepisst sein und dann geht's eigentlich. Zumindest ist das der Plan. So, und ich sehe gerade, die Zeit rennt uns auch wieder davon. Es ist momentan... Ja, sehr viel bauen, sehr viel vorbereiten. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wie es momentan läuft. Na, wir wollen ja den Trend hier schön beibehalten. Zone erweitern. So. Kann hier nämlich alles schön rübergetragen werden. Ja, ansonsten... Ganz gut, ne. Wir haben dann auch bald eigentlich alles fertig. Wir haben hier das Lager, wird immer auch schon rübergetragen. Wir haben Arbeitsraum, das haben wir, das haben wir. Was ich noch so ein bisschen bemängel ist, dass ich noch nicht weiß, wie ich hier... So die Abwehr bauere. Aber ich denke, dass ich damit auch bald anfange. Dass ich hier ein riesiges Gebiet rumhaue. Wir haben hier in der Nähe sehr viel Schieferbrocken, 158. Das heißt, ich kann hier locker mal eben so 100 Stück anschlagen. Und dann können wir halt richtig viel bauen. Was auch nötig sein wird, damit wir hier mal vorankommen. Ja, 170 Schieferbrocken. Also eigentlich weiß ich nicht mal, ob ein Berg, sage ich mal, besser ist. Ganz ehrlich. Also wenn man zum Beispiel am Anfang viel Schiefer und sowas braucht. Weil wir haben so viele Ressourcen hier rumliegen. Hätten wir jetzt nicht, sage ich mal, diese unterentwickelten genommen. Dann hätten wir schon längst eine gute Basis hier stehen. Und so kommen wir jetzt auch relativ gut an Ressourcen. Und ganz ehrlich, Stahlwände, ne. Auch wenn es Ressourcenverschwendung ist eigentlich. Guckt euch das mal an. Keine negative Attraktivität. Einfach null. Na und Dreck halt. Dreck ist negativ, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Dafür könnten wir jemanden zum Putzen abstellen, oder? Andersrum hier. Kannst du reinigen. Wenn du nicht gerade Bergbau oder forscht, dann könntest du ja hier irgendwo mal ein bisschen den Putzlappen schwingen. Ja, wobei, das soll ich damit anders machen. Wir könnten hier putzen. Wenn Marc gerade kein Handwerk macht, oder genau, kocht, dann kann er putzen. Vielleicht mal eine gute Maßnahme. Ja gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.